Sind Kartterminal Dann seht mal... LOL Ich muss jetzt zurück Hier muss ich gar nicht mal Saison-Eingang finden okay das kann dauern ist ja alles durchsuchen gewiss das doch Ich wollte sagen, wie sah denn das so viel aus? Okay, okay, okay Okay, ich hab's kapiert Jetzt zieh ich sie, Alter Okay, das ist nicht lang, oder? Nope Also, nach hinten Alter, das ist gay Kann ich nicht kaputt feuern? Nein, natürlich nicht Ich will jetzt ja nicht viel sein, aber was bringt mir das? Scheiße Oh no, wieder auch nicht lang Oh, ich bin einfach nur zu dumm dafür gerade Oh, ich darf außen rum Mein Fass Alles ist zeitaufwendend Mein Lüte Wieso mache ich das so, wenn ich komplett geassig bin? Na Opfer Trifft auch Ja Vamos Ich lege jetzt mal fixen Speicherpunkt und dann wende ich den Part Immerhin haben wir etwas für erreicht hier geht es ja auch nicht lang ok wie benutze ich das das hier fahren los fahr los dieser kaum einen weg ich weiß wollen die patschen beenden paar ich muss immerhin gucken wie ich die dinger benutze so dann beenden wir jetzt hier auch den park wieder glaube ich guck auf die zeit nee tun wir noch gar nicht wir sind erst bei 20 minuten nicht also wir sind bei einer halben stunde mit bin doch noch nicht doch genau nicht dann ist also die siegern ort das war ja hier und durch augen zu und durch und 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 Hä? Tomo oder so? Hmmmm Aua Ach du kleiner Hurensohn Kann ich jetzt bedienen? Nein Wie bediene ich denn die Kacke? Hm Hmmmm Keiner Oh 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 Was ist das? Finals äh ich check das nicht na bin ich jetzt also genau oder nicht jetzt einfach hier beim runterfallen da war was hab ich doch geworfen hab ich doch geworfen kann ich jetzt die scheiße benutzen ja gott das ist jetzt einfach nur glückssache ob ich ihn treffe oder nicht ich stehe im one hit wir haben zwar jetzt was gefunden aber wir kommen ja nicht raus ich muss ihn nur anschließen richtig spielhase so langsame wie ist die spieler für haas wir müssen hab ich mich erschrocken du kleiner kotner scheine halte ich noch mal dafür fest samos danke hä du bist du bist ja du bist du bist die 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 Geh jetzt sterben hier Fuck it Geh jetzt sterb Okay dann nicht Alles easy Ich habe alles unter Kontrolle Jetzt auch mal auf Geh jetzt mal drauf du Kommt Meine Gütchen Aua Oh Gott ist wohl ungewollt Haha dodged bitch Okay dann Bist du nicht mal bei down Eigentlich schon ne Da wird es nicht gerade das schweste Boss bist Also in meiner Meinung gesehen ne Vielleicht kann ich dich auch einfach nicht töten Ok hab nichts gesagt Wuhu Bin jetzt op Nein Dann fucking flummen Ich hatte da ist was Okay Mach keine Ahnung Ich zisch jetzt hier ab Und freu mich Wuhu Piuu Witt Easy So easy Ich den Container hier übersehen habe Ich keine Ahnung Was hat mir hochgeflogen Okay Ich suche doch nur einen Speicherpunkt Ist das so Viel verlangt Ja weil deiner ist So dann beenden wir jetzt hier den Part Jetzt wirklich Und ich bedanke mich fürs zu sehen Wir haben Keine Ahnung wie viel erreicht Ich habe wirklich keine Ahnung Und sage deswegen bis zum nächsten Mal Wenn es wie nice Metford 7 Bis dann Und Tschö Tschö Tschö